Freunde, es ist passiert. Ich habe keine Streichhölzer mehr. Stellt euch einfach vor, ich würde euch jetzt ein Kerzchen anzünden. Weil es ist so eine schöne Tradition geworden und irgendwie mache ich das so gerne für euch, weil in meiner Familie gilt die Tradition, dass eine Kerze für jemanden anzünden Glück bedeutet und es bedeutet, jemandem alles Gute zu wünschen. Ey, meine Großeltern, die haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Mein Opa hat zum Beispiel, wenn ich eine Klausur hatte, eine Kerze angezündet, der hat eine Kerze angezündet, wenn ich Geburtstag hatte, wenn ich einen Auftritt hatte. Wenn ich einfach zur Schule gegangen bin, andauernd hat mein Opa irgendwelche Kerzen für mich angezündet und ich bin der Meinung, nur deswegen sitze ich jetzt hier und mir geht's gut. Danke Opa, danke für die Kerzen. Deswegen tut es mir natürlich umso mehr leid, dass ich heute kein Kerzchen für euch anzünden kann, aber das Intro will ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag und freue mich, dass ihr auf mein Video geklickt habt. Bevor wir in den heutigen Fall starten, eine kleine Frage an euch. Gibt es irgendwelche Videos, die ihr euch noch von mir wünschen würdet? Ich habe nämlich in der letzten Zeit mal so ein bisschen über das kommende Jahr nachgedacht und darüber, welchen Content ich noch machen möchte, was ich für euch vorbereiten will. Und keine Sorge, Mord am Mittwoch bleibt bestehen. Den Podcast gibt es nach wie vor überall zu hören und die Folgen werden, toi, 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 demnächst auch immer pünktlich am Mittwoch und noch am Wochenende kommen. Also ich rechne da mit festen zwei Folgen die Woche für euch. Ja, Struktur und Lucia, das ist auch was, das nehme ich mir ganz toll vor fürs nächste Jahr, dass das endlich mal klappt. Aber ich habe trotzdem mal hin und her überlegt, was ich noch so für euch machen könnte. Und ich weiß, die meisten YouTuber und Influencer sagen dann Sachen wie, das darf ich euch aber noch nicht verraten oder das bleibt noch ein Geheimnis. Aber ich denke mir, wir können ja hier offen miteinander reden. Das ist ja ein kleiner Kreis hier. Alle, die gerade zuhören, das ist ja der engste Circle. Und euch verrate ich es jetzt mal, was ich mir so gedacht habe. Und ihr sagt mir, was ihr dazu denkt. Okay? Ich habe großen Spaß am Kochen. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, vielleicht einen Kochkanal aufzumachen. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ansonsten würde ich euch gerne noch andere Sachen erzählen. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch die Videos hier zum Einschlafen hört. Vielleicht braucht ihr noch mehr Einschlaf-Content. Vielleicht Vorlese-Content, Märchen-Content. Ich weiß nicht. Sowas in die Richtung vielleicht, wäre das was? Ja. Ihr merkt, ich schwanke selber noch ziemlich hin und her. Bin aber offen für alle Vorschläge. Und freue mich, dann bald mit euch ins neue Jahr zu starten. Und ganz viel neuen und alten Kram für euch zu machen. So, genug dazu. Wir stürzen uns jetzt in den heutigen Fall. Und dafür machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 1898. Ich möchte euch von einem Haus erzählen. Ein Haus, welches in der Relicton Street 10 steht. Und dieses Haus scheint irgendwie verflucht zu sein. Die Geschichte beginnt aber damit, dass John Reginald Halliday Christie 1998 in Yorkshire, England geboren wird. Reginald Halliday Christie. Spannender Name. Wie das so häufig in unseren Fällen vorkommt, ist auch Johns Kindheit keine besonders leichte. In seiner Familie gibt es verschiedene Dynamiken, die gegeneinander wirken. Da sind zum Beispiel seine Schwestern. Die sind sehr dominant. Dann hat er eine überfürsorgliche Mutter, die permanent gestresst ist und immer Panik hat, dass irgendwas passieren könnte. Und einen Vater, der extrem diszipliniert und super streng ist. Er erwartet von seinen Kindern Glanzleistung. Und wenn diese mal nicht komplett erbracht wird, dann gibt es Schläge. Abends müssen die Kinder zum Beispiel im Marsch-Stil wie so kleine Soldaten um den Block spazieren. Und ich glaube, so sieht er seine Kinder auch an. Mehr so als kleine Soldaten als als Kinder. Und so wächst John in einer komplett zwiegespaltenen Stimmung auf. Auf der einen Seite ist da sein Vater, der keine Scheu davor hat, die Kinder zu schlagen, der sie drillt und streng ist. Und auf der anderen Seite ist da seine Mutter, die so eine Angst um ihren Sohn hat. Er ist auch noch ihr Liebling und sie betüttelt ihn und laut des Vaters verweichlicht sie John komplett. Dazu kommen ja dann noch die vier älteren Schwestern mit ihrem dominanten weiblichen Einfluss, die laut Johns Umgebung auch noch dafür sorgen, dass John total verweiblicht wird. Oh nein, ein Mann, der Gefühle zeigt und Emotionen hat und vielleicht auch mal weint. Äh, peinlich. Naja, war eine andere Zeit, ne? Auf jeden Fall führt das Ganze dazu, dass John sich regelmäßig komplett zurückzieht. Er will mit all dem nichts zu tun haben und ein sehr in sich gekehrtes Leben führt. Aber er hat eine Strategie, um doch mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihr erinnert euch an die überfürsorgliche Mutter und John faked hin und wieder mal zum Beispiel eine Krankheit. Und andauernd sagt er, er habe Schmerzen, Bauchweh, sich was gestoßen, jetzt tut der Kopf so weh. Ha, und das zieht bei seiner Mutter total. Die kümmert sich dann um ihren Sohn und liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Im Alter von acht Jahren hat John die erste Begegnung mit dem Tod. Und ihr wisst's aus den anderen Fällen, ab da geht's bergab. Ja, es ist die Beerdigung seines Großvaters ein sehr trauriger Anlass. Und in der Mitte des Saals steht der offene Sarg des Opas. Ja, und dann sieht der kleine John seinen toten Opa da liegen. Und das ist ein Anblick, der ihn sehr prägt. Er erzählt, diese Erfahrung habe ihn fasziniert und er fand das super spannend und habe so ein Kribbeln am ganzen Körper verspürt. Von nun an beginnt er damit, auf dem Friedhof zu spielen und interessiert sich besonders für die Räume, in denen die Kindersäge aufbewahrt werden. Auch in der Sexualität läuft es ein wenig holprig bei John. So ist er zum ersten Mal erregt, als er das Bein seiner eigenen Schwester betrachtet. Freud hätte jetzt natürlich irgendeine krude Theorie für uns, warum das total normal ist und zur phallischen oder analen Phase dazugehört. Fragt mich nicht, in Pädagogik habe ich meistens geschwänzt. Aber Kennedy, Autor eines Buches über John, sagt, er liebte und hasste seine Schwestern zugleich, weil sie seine Männlichkeit erregten und dann wieder unterdrückten. Und das ging Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr so weiter. Es muss viele Gelegenheiten gegeben haben, bei denen er an seinen Großvater dachte und ihnen allen den Tod wünschte. Ihr merkt, John hat schon früh blutrünstige Gedanken und die dann auch seinen engsten Verwandten gegenüber. So schlägt John sich mit schweren, komplizierten Gefühlswelten rum, aber entwickelt eine hohe Intelligenz. Er hat später wohl einen IQ von 128, was wohl echt erhöht ist, und ist besonders gut in Mathe und Algebra. So erhält er dann im Alter von elf Jahren schon ein Stipendium für eine tolle Schule. Er singt auch im Chor und er wird Pfadfinder, aber das alles hilft ihm nicht bei den sozialen Gefügen weiter. Denn bei seinen Mitschülern ist John regelrecht unbeliebt. Als er in die Pubertät kommt, assoziiert er Sex bereits mit Tod, Dominanz und gewalttätiger Aggression. Während die anderen Kinder miteinander flirten, mal einen kleinen Brief verschicken oder Händchen halten, muss das Ganze für John aggressiv passieren. Als er dann das erste Mal versucht, Sex zu haben mit einer Dame, klappt das Ganze nicht so wirklich, denn der Sex alleine erregt ihn nicht. Und die ist wohl bekannt im Dorf, die Gute, und erzählt allen dann, dass John es nicht so gebracht hat im Bett. Woraufhin er dann Can't Do It Christy, er heißt ja Christy mit Nachnamen, oder Regino Dick genannt wird. Ziemlich gemein. Auch die hypochondrische Art an John hat sich weiterentwickelt. Ihr erinnert euch, als Kind hat er häufig Krankheiten vorgetäuscht, und das macht er als Erwachsene weiter. Um Aufmerksamkeit zu erlangen, ist er häufig laut und stöhnt und schreit und sagt, er habe Schmerzen und tut alles, um irgendwie Mittelpunkt der Geschehnisse zu werden. Naja, am Ende des Tages entwickelt er sich also zu einem sexuell gestörten, kontrollbesessenen Hypochondra, der eine tiefe Abneigung Frauen gegenüber verspürt. Richtig sympathisch also. Mit 15 Jahren verlässt er die Schule und dient während des Ersten Weltkrieges als Fernmelder. 1917 wird er in einen Senfgasangriff verwickelt und behauptet, dieser Angriff habe ihn erblindet und verstummt zurückgelassen. Das Problem bei Leuten, die häufig lügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen zum Beispiel, ist, dass man denen irgendwann nichts mehr so richtig glaubt. Und so glauben seine Mitmenschen ihm nicht wirklich, dass er nun verstummt und erblindet sei. Tatsächlich kann er nach drei Jahren dann auch wieder reden und auch wieder sehen. Aber wir wollen dem John hier jetzt mal nichts unterstellen. Vielleicht ist es einfach auch wieder so zurückgekommen, wie es gegangen ist. Auf jeden Fall verlässt er die Armee und kehrt in seinen Beruf zurück. Er wird Angestellter und beginnt sein Leben als erwachsene Person. Jedoch fällt ihm der sexuelle Aspekt daran immer noch sehr schwer. Er hat jetzt Komplexe bekommen, weil seine ersten Erfahrungen mit dem Sex ja nicht so gut gelaufen sind. Und dann hat er noch sexuelle Funktionsstörungen und Kontrollprobleme und wünscht sich ja immer dieses Aggressive beim Akt. Und das alles macht es ihm wohl unmöglich, einen Liebespartner zu finden, weshalb er immer zu Prostituierten geht. Doch im Jahre 1920 heiratet er Ethel Simpson Weddington. Es gibt wenig Informationen zu dieser Ehe, aber die Informationen, die es gibt, sagen eigentlich nur Schlechtes über die Beziehung aus. John hingegen sagt, wir hatten ein paar Differenzen, aber die waren nicht so schlimm. Schon kurz nach der Hochzeit muss John für drei Monate ins Gefängnis, weil er etwas gestohlen hat. Und diese Kleinigkeiten werden sich nun häufen. Kleine Verbrechen, die er hier und dort begeht. Jedoch kommt John in den meisten Fällen glimpflich davon. Oft erhält er eine viel zu milde Strafe. Und das nur, weil er einmal bei der Armee war. Viele sehen dann in seinen Dokumenten, oh, er war mal Soldat. Oh, er hat hier und dort ein Stipendium bekommen. Und so bleibt er meist verschont. Ein schwerer Fehler, wie sich später noch herausstellen wird. So geht es dann die nächsten Jahre weiter. Zwischendurch zieht John zu seiner Familie. Andere Quellen sagen, dass John und Ethel zusammen gewohnt haben. Richtig klar ist es nicht, was damals passiert ist. Auf jeden Fall wird er immer wieder etwas verbrechen, was klauen, was anstellen und landet hier oder da mal wieder im Gefängnis oder muss Geldstrafen zahlen. Zwischendurch trennen sich John und Ethel auch. John behauptet, sie sei ihm fremdgegangen. Das ist aber nur Johns Aussage und Johns alleine. Denn Ethels Familie bestreitet das. Die sagen, sowas würde sie niemals machen. Sie war eine attraktive, intelligente Frau mit hohen moralischen Werten. Und die Familie von Ethel geht vielmehr davon aus, dass ihre Tochter einfach genug von den Machenschaften von John hatte. Dieses Ein und Aus in irgendwelchen Gefängnissen war ihr einfach zu blöd. Tatsächlich wurde einmal sogar in das Haus von Ethels Familie eingebrochen. Und sie vermutet, dass John selbst der Täter war. Und das könnte so ein Moment gewesen sein, in dem sie beschlossen hat, dass ihr das Ganze zu viel und zu doof ist. Zwischen seinen Gefängnisaufenthalten wohnt John mit einer Prostituierten zusammen und nimmt verschiedene Jobs an. Als er seiner damaligen Lebensgefährtin dann mit einem Cricket-Schläger auf den Kopf schlägt, landet er wieder einmal im Gefängnis. Außerdem wird vermutet, dass John einer Reihe weiterer Frauen Gewalt angetan hat, aber die Beweise fehlen. Und so lässt man ihn wieder laufen. Hey, der war mal bei der Army. Das ist ein Soldat. Einer von uns. So schlimm kann er doch nicht sein. Ach was? Der war jetzt irgendwie die ganzen letzten Jahre immer wieder im Knast? Der hat eine Frau mit einem Schläger gehauen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. So stelle ich mir das Gespräch auf dem Polizeipräsidium vor. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Bursche wieder frei. Und man kann nur mit dem Kopf schütteln. Im Leben ist John mehr als lost. Er wandert von hier nach da, jobbt mal hier, mal dort, hat wechselnde Partnerinnen, geht ja immer zu den Prostituierten, zu den Sexarbeiterinnen und wird dann irgendwann zum Beispiel dabei erwischt, dass er versucht, einen Pfarrer zu bestehlen. Der Pfarrer hat ihm gerade auch noch versucht zu helfen. Also John ist moralisch wirklich so ganz unten angekommen. Das Ganze geht zehn Jahre lang. Und dann plötzlich hört Ethel wieder was von ihrem Ex-Mann. John bittet sie nämlich darum, zu ihm zu kommen und bei ihm zu leben. Er war wohl wieder im Gefängnis, würde bald entlassen werden und würde sich so sehr wünschen, mit seiner Ethel wieder zusammenzuleben. Ethel finde ich übrigens einen sehr schweren Namen. Ich glaube, ich spreche den jedes Mal auch so ein kleines bisschen anders aus. Aber ihr wisst ja, wer gemeint ist. Sobald es mit E anfängt, der Name, wisst ihr, wen ich meine. Ethel. Ethel. Schlimm. Naja. Auf jeden Fall lässt sich die Gute breitschlagen, zieht zu John und unterschreibt damit ihr Todesurteil. Alle, die jetzt den Kopf schütteln und sagen, boah, man geht doch nicht zu seinem Ex zurück. Hast du gar nichts gelernt, Ethel. Denen muss ich leider sagen, dass es damals ja eine andere Zeit war und den Stempel geschiedene Frau auferlegt zu bekommen, das wollte keiner. Und für sie war es deswegen leichter, der ganzen Sache nochmal eine Chance zu geben und wieder als verheiratete Frau dazustehen, als mit der moralischen Keule des Dorfes leben zu müssen, wenn sie dann eine geschiedene Frau war. Das ist übrigens super schade, denn laut allen Berichten war Ethel eine Topfrau. Sie war nicht nur attraktiv, nein, sie war intelligent, sie war lustig, sie war kultiviert und alle haben sich um sie gerissen. Aber zu den damaligen Zeiten war es moralisch verwerflich, sich auf einen neuen Mann einzulassen und stattdessen musste sie wieder einmal mit John Vorlieb nehmen. Die Arme, ich hätte ihr echt gewünscht, dass sie, keine Ahnung, nach Schottland ausgewandert wäre und mit einem netten Schotten auf einer Farm mit ein paar Kühen ein schönes Leben geführt hätte. So zieht sie dann wieder bei John ein, hält aber regelmäßigen Kontakt zu ihrer Familie in Sheffield. Das macht sie nicht nur per Post, sie fährt auch regelmäßig hin. Für John bedeutet das, hin und wieder hat er sturmfrei. Kurz nachdem Ethel also wieder bei John einzieht, wird dieser von einem Auto angefahren. Und klar, das ist nicht schön und das wünscht man niemandem, aber im Fall von John hat das Ganze natürlich nochmal andere Ausmaße. Ihr erinnert euch, John mochte es, krank zu sein. Er mochte es, die Aufmerksamkeit zu bekommen und betüttelt zu werden. Und unter dem Vorwand zahlreicher Beschwerden war er viel zu Hause, konnte nicht mehr arbeiten, konnte nicht mehr dies und das machen. Und sucht im Laufe von 15 Jahren insgesamt 173 Mal Ärzte auf. Und das zu der damaligen Zeit. Heutzutage kannst du ja über Dr. Lip hier, meine Lieblings-App, bei einem x-beliebigen Arzt für irgendwie einen kleinen Halsweh schon einen Termin buchen. Aber damals so oft zu einem Arzt zu gehen, das war wirklich Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für Ethel eine verdammt harte Zeit war, da John sich in diesem Schmerz gesuhlt hat und es geliebt hat, der kranke, bemitleidenswerte John zu sein. 1938 ziehen die beiden dann in die Erdkurschusswohnung im Rillington Place Nummer 10. Dieser Ort liegt im Stadtteil Ledbrook Grove in Nottingham. Die Wochenende über ist John meist alleine. Ethel ist bei der Familie und er genießt es, sturmfrei zu haben. Zu dieser Zeit häufigen sich dann auch die politischen Ereignisse, die langsam den Zweiten Weltkrieg einleiten. Und so werden Männer im ganzen Land gesucht, die irgendwie unterstützen können. John kommt deswegen zu einem Job bei der Polizei. Das ist ziemlich ironisch bei seinem Strafenregister, aber man erkundigt sich gar nicht nach seiner Vergangenheit. Man ist einfach froh darüber, jemanden zu haben, der mitarbeitet. Aber John scheint das Ganze sogar gut zu tun. Zum ersten Mal verspürt er ein gewisses Maß an Zielstrebigkeit. Und das schlägt dann schon fast wieder in Wahnsinn um. Er wird absolut fanatisch, möchte das Gesetz mit allen Mitteln hüten und wird schon bald der Himmler von Rillington Place genannt. Ja, er genießt diese Autorität, diese Härte und Strenge. Er wird ein kleines bisschen wie sein Vater, sieht alle um sich rum nur noch als kleine Soldaten und sich selbst als den Soldatenführer. Soldatenführer? Soldatenführer? Der Offizier. Den Offizier? Ja, Militärsprache, das ist nicht so meins. Naja. Johns Ding ist es aber auf jeden Fall. Er geht da komplett drin auf. Und schon bald nutzt er seine Stellung aus. Und das nicht nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen und andere herum zu kommandieren, sondern vor allem, um Frauen auszuspionieren. Um seine Nachbarn zu beobachten, bohrt er Gucklöcher in seine Küchentür und verfolgt jeden Übeltäter, wohin es nur geht. Er nimmt sich viel zu ernst. Und diese Position bei der Polizei behält er über vier Jahre lang. Wenn er nicht gerade als fanatischer Polizist durch die Straßen rennt, versucht er, Frauen zu verführen. Und das klappt. Er in seiner Polizeiuniform, das hat da schon so einen gewissen Reiz. Und er wird hier und da fündig. Zu dieser Zeit entwickelt er Aurora-Lieben für interessante, seltsame, sexuelle Praktiken. Wir machen hier kein King-Shame. Egal worauf ihr steht, solange euer Partner oder eure Partnerin damit einverstanden ist, dass alles abgesprochen ist, tut, was ihr tun wollt. Ich würde es gar nicht wissen. Und John findet Frauen, die diese Praktiken dann auch mit ihm ausüben. Zum Beispiel ist da eine Frau, deren Mann hin und wieder auf Übersee ist. Und die nutzt ihr Sturm frei. John nutzt seinen Sturm frei. Und gemeinsam machen die dann so ihr Ding. John bemüht sich damals noch, das Ganze sehr versteckt zu halten. Irgendwann fliegt diese Affäre aber auf. Der Mann seiner Affäre kommt urplötzlich zurück. Das Schiff ist irgendwie schneller gefahren. Das Telegramm ist nicht angekommen. Wie auch immer, auf jeden Fall steht er plötzlich da in seiner Wohnung und sieht seine Frau mit diesem John. John wird daraufhin komplett verprügelt und erschwört sich, ab jetzt mache ich meine Liebschaften und all das nur noch bei mir zu Hause. Und nicht nur das. John wird auch schon bald seinen ersten Mord begehen. Gutfürst ist eine Österreicherin. Sie ist 21 Jahre alt. Sie ist groß, energetisch und voller Leben. Sie wohnt in einem Einzelzimmer, nicht weit entfernt vom Rillington Place. Es gibt Hinweise darauf, dass Ruth regelmäßig Geld als Prostituierte dazu verdient. Und sie beginnt damit, John im Rillington Place zu besuchen, jedes Mal, sobald Ethel bei ihrer Familie ist. Und eines Tages liegen John und Ruth so im Bett und auf einmal erreicht ein Telegramm die beiden. Ich weiß gar nicht, wie das damals ging mit dem Telegramm. Wo kam das dann her? Keine Ahnung. Boah, das ist jetzt sehr peinlich, dass ich das nicht weiß wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt irgendwoher ein Telegramm geflogen. Ich weiß es nicht. Und in dem Telegramm steht, dass Ethel bereits auf dem Heimweg sei. Die beiden werden so ein bisschen panisch. Ruth sagt, komm, lass uns zusammen abhauen. John sagt, nein, meine Frau kommt jetzt gleich. Du musst verschwinden. Los, pack deine Sachen raus hier. Und Ruth sagt, nein, wir lieben uns doch und ich will nicht mehr versteckt werden. Und das Ganze endet dann darin, dass John Ruth erdrosselt. Und das während sie miteinander schlafen. Denn irgendwie ist diese Streitigkeit dann im Sex geendet. Und während des Sex erdrosselt der aufgebrachte John die 21 Jahre alte Ruth. Und dann wickelt er sie in ihren Leopardenmantel und schmeißt sie zusammen mit ihren restlichen Kleidern unter die Diele der vorderen Zimmer. Und wenig später trifft Ethel dann in Begleitung ihres Bruders ein. Und alles scheint normal zu sein. Als John sich unbeobachtet fühlt, holt er die Leiche wieder hinter den Dielen hervor. Er gräbt ein Loch in seinen Garten und legt Ruth mit ihren Klamotten rein. Er selber sagt, am nächsten Tag richtete ich den Garten auf und hakte ihn um. Dann fängt er damit an, Kleidungsstücke von Ruth zu verbrennen. Monate später stößt er zufällig auf Ruts Schädel, der nach wie vor unter der Erde lag. Er packt ihn und verbrennt ihn zusammen mit ein bisschen Müll. Ruts Verschwinden bleibt nicht unbemerkt. Am 1. September wird sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Was passiert ist, bleibt aber zunächst ein Rätsel. Viele haben sich gefragt, warum John diesen ersten Mord begangen hat. Was hat ihn dazu gebracht, so etwas Schreckliches zu tun? Und der Autor Kennedy sieht die Ursache in der Demütigung durch den Mann von Johns Affäre. Der hat ihn ja verprügelt, als er John und seine Frau erwischt hat. Und das könnte John dermaßen degradiert und verletzt haben, dass er seine Macht und Dominanz an anderer Stelle wieder demonstrieren wollte. Diese Erfahrung löste in John noch etwas ganz anderes aus. Er war danach nicht mehr fähig, einen hochzubekommen. Boah, mir ist gerade echt nicht eingefallen, wie man das netter formulieren kann. Erregt zu werden. Oh, das hier. Naja, wir sind ja alle über 18 hier, oder? Oder? Naja, auf jeden Fall war es ihm danach nicht mehr möglich, genau in Wallung zu geraten, da er nun jedes Mal beim Sex diese Aggressivität wieder verspüren wollte. Er konnte nicht mit einer Frau schlafen, wenn sie nicht in einer hilflosen und schrecklichen Situation war. Er selber sagt, Ich erinnere mich, wie ich auf die regungslose Gestalt meines ersten Opfers herabblickte und einen seltsamen, friedlichen Kitzel verspürte. Danach ist erstmal alles so, als wäre nie etwas gewesen. Ethel fährt zu ihrer Familie, ihre Familie kommt zu Besuch, der Alltag läuft weiter und das Ganze geht bis zum Oktober 1944 so weiter. In diesem Oktober bekommt John Besuch von seiner Arbeitskollegin Muriel Amelia Eadie und die beschwert sich schon seit längerem über ihre Bronchitis. John, der sich ja immer wieder als hilfsbereiter Kerl gegeben hat, meint auch etwas für Muriel zu haben. Er bittet sie darum, sich in einen Sessel zu setzen und sie macht das. Sie quatscht dabei mit John, redet über die Arbeit und er bringt ihr eine Mischung. Die solle sie einmal richtig inhalieren, richtig in die Lungenflügel aufnehmen und danach würde es ihr so viel besser gehen. Diese Spezialmischung von John enthielt Kohlenmonoxid. Sobald Muriel bewusstlos wurde, vergewaltigte er sie. Danach wirkte er sie zu Tode und vergewaltigte sie anschließend erneut. Später vergräbt John ihre Leiche neben der von Ruth. Ein großes Kapitel im Fall von John sind die neuen Nachbarn. Die Evans Timothy Evans zieht mit seiner schwangeren Frau Beryl in die Wohnung neben John und Ethel in Rillington Place Nummer 10. Sie sind nicht mal ein Jahr verheiratet, noch sehr jung und erwarten ihr erstes Kind. Beryl ist 19 Jahre alt, sie ist zierlich, sie hat noch nicht viel von der Welt gesehen und ihr Mann ist 24 und auch er weiß eigentlich nicht so richtig, wo oben und unten ist. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Fahrer eines Lieferwagens und kann kaum lesen und schreiben. Als Kind hatte Timothy unter unkontrollierbaren Wutanfällen gelitten, die ein Zusammenleben mit ihm praktisch unmöglich machten. Als Erwachsener trinkt er nun sehr viel und ist je zornig. Immer wieder springt er auf und ab und schreit seine Frau zusammen. Dazu kommt, dass Timothy relativ klein ist. Er ist 1,70 Meter groß und wiegt nur knapp 140 Pfund. Und das lässt ihn bei seinen je zörnigen Ausbrüchen so ein bisschen wie so ein Rumpelstilzchen wirken. Das ist total gemein. Also 1,70 Meter ist jetzt wirklich nicht so klein. Also an all meine Short Kings da draußen, Männer unter 1,70 sind auch toll. Wirklich. Ich bin selbst 1,57, ich darf gar nicht mitreden. Aber er wurde halt von seinem Umfeld immer wieder als der je zornige Zwerg betitelt. Deshalb sind das hier gar nicht meine Worte. Seid nicht sauer auf mich. Seid sauer auf die hier im Fall. Dazu kommt, dass Timothy einen IQ von 70 hat und damit wirklich so am untersten Ende der IQ-Skala hängt. Er gleicht alles in allem also für den Rest seines Lebens einem pubertären Jungen mit Jezorn und einem Alkoholproblem. Sein größtes Talent scheint die Fähigkeit zu lügen zu sein. Und das macht er wirklich fantastisch. Er erzählt den Leuten sogar, sein Vater sei ein italienischer Graf und schafft es den ein oder anderen davon zu überzeugen. Seine Mutter drückt es folgendermaßen aus. Er hatte kein wirkliches Selbstvertrauen und musste lügen, um sich zu verstellen. Am 10. Oktober bekommen Timothy und Beryl dann die erste Tochter. Die nennen sie Geraldine. Und so freudig es auch ist, ein Kind zu bekommen, so geht es den beiden damit nicht gut. Denn die finanzielle Last, die sie ohnehin schon verspürt haben, wird nun noch größer. Timothy verdient nicht viel, sie können die gemeinsame Rechnung nicht decken und Beryl ist im Haushalt endlos überfordert. Timothy beschimpft sie als schlechte Köchin und schlechte Hausfrau. Und es heißt tatsächlich, dass sie wirklich nicht so gut kochen konnte und auch das Baby hin und wieder vernachlässigt hat. Häufig streiten die beiden sich und schlagen sich gegenseitig. Verschuldet und unfähig miteinander auszukommen, führen Timothy und Beryl ein ziemlich schäbiges Leben. Und zu allem Überfluss erfährt Beryl dann im November 1949, dass sie wieder schwanger ist. Sie gibt ihrem Mann die Schuld und schimpft und beiden ist klar, dass sie ein weiteres Kind nicht durchbringen können. Sie haben jetzt schon viel zu wenig Geld. Und damals waren es ja andere Zeiten, weshalb Beryl dann damit beginnt, irgendwelche Mixturen zu schlucken. Sie nimmt kreuz und quer Medikamente, rührt sich irgendwelche Spülungen an, um die dann zu trinken, in der Hoffnung, das Kind damit zu verlieren. Aber nichts scheint zu wirken. Fest entschlossen davon, eine Abtreibung trotzdem irgendwie durchführen zu wollen, erzählt sie allen davon, inklusive John. Timothy erzählt später, John habe direkt versprochen, das Kind entfernen zu können. Und was dann passiert ist, ist bis heute unklar. Es gibt vor allem zwei Versionen. Version Nummer 1. John behauptet, er habe Timothy mit Beryl zusammen weggehen sehen. Beryl habe verängstigt gewirkt. Timothy war immer so grob zu ihr und John sah die Angst in Beryls Augen. Um Mitternacht soll John dann von einem lauten Knall wach geworden sein. Er berichtet, er habe aus Timothys und Beryls Wohnung einen Knall gehört, so als habe irgendwer etwas Schweres abgelegt. Am nächsten Tag soll Timothy dann allen erzählt haben, dass Beryl nach Bristol gefahren sei. Dass sie nun wohl erstmal weg sei und man sich keine Sorgen machen solle. Wenige Tage später kommt Timothy dann zu John und erzählt ihm nun, er wolle seine Wohnung auflösen, alle Möbel verkaufen und Beryl hinterherziehen. Die ganze Zeit über war Timothy übrigens ohne sein Kind unterwegs. Denn es gibt ja noch die erste Tochter und die findet in dieser Erzählung irgendwie keinen Platz. John berichtet, dass Timothy in den darauffolgenden Tagen hin und her gereist sei. Er habe seine Frau gesucht, sei wieder zurückgekommen, habe widersprüchliche Aussagen gemacht und wie gesagt, die ganze Zeit seine Tochter nicht dabei gehabt. Das ist die erste Version. Ein bisschen verwirrend. Man fragt sich, wo hat Timothy Beryl hingeschleppt? Ist sie wirklich zur Familie gefahren? Ist sie wirklich abgehauen? Oder ist ihr etwas Schreckliches passiert? Was war das für ein lauter Knall in der Nacht? Version Nummer 2 John hat Beryl angeboten, die Abtreibung bei ihr durchzuführen. Beryl ist erleichtert. Sie konnte nicht wissen, dass John nicht nur kein Mediziner war, der keinen Plan hatte, was er da tut, sondern auch eine zwielichtige Vergangenheit hat. Beryl ist davon überzeugt, dass John ein lieber Mensch ist, jemand, der bei der Polizei war, der in der Armee war und einfach nur helfen möchte. Timothy aber habe diesem ganzen Vorfahren nicht so recht vertraut. Er wollte nicht, dass John irgendwelche Eingriffe an seiner Frau durchführt. Und das alles endet dann in einem heftigen Streit. John fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. Timothy hat Angst um seine Frau oder möchte einfach nicht, dass John da irgendwas macht. Beryl und Timothy fangen dann auch an, darüber zu streiten. Sie möchte zu John, Timothy möchte nicht, dass sie zu John geht. Wie auch immer, die beiden fetzen und zwar so richtig. Er droht sie zu verlassen und sie sagt, nein, du kannst mich nicht mit dem Kind alleine lassen, wie soll ich uns ernähren? Es ist eine ziemlich verzweifelte Situation. Am darauf folgenden Tag geht Timothy zur Arbeit und Beryl trifft sich dann mit John. Timothy und Beryl hatten sich die ganze Nacht noch durchgestritten und sie hat einfach entschlossen, es jetzt zu machen. Was dann genau passiert, bleibt unklar. Aber viele gehen davon aus, dass Beryl nun die Stufen in Johns Wohnung hochsteigt. Dass sie sich auf eine Steppdecke legt, die John auf dem Boden ausgebreitet hat. Dass John danach einen Gummischlauch verwendete, um Beryl zu vergasen. Dass sie kurz darauf in Panik gerät und er sie mit einer Schnur erdrosselt. Am Ende dieser Prozedur sei John dann zu Timothy hinuntergelaufen und habe bloß gesagt, es gibt schlechte Nachrichten, es hat nicht geklappt. Timothy findet daraufhin seine Frau blutig und nackt auf einer Decke liegend. Laut dieser Version gerät Timothy dann in Panik. Er sagt, was soll ich mit meiner Frau tun? Ich komme in den Knast, sie ist jetzt tot, was mache ich mit dem Baby? All diese Fragen auf einmal und John scheint für alles einen Plan zu haben. Keine Sorge, mit der Leiche machen wir das und das, mit dem Baby machen wir das und das. So schlägt er zum Beispiel vor, das Baby wegzugeben. Und dann der Welt da draußen zu erzählen, dass Beryl mit dem Kind abgehauen sei. Er sagt, Timothy, gib mir einfach das Kind. Ich bereite den Babytransport vor. Und das war dann der letzte Tag, an dem man Geraldine das Baby lebendig gesehen hat. Von nun an werden Lügen über Beryl und das Kind verbreitet. Manche sagen, sie wären in Bristol, dann werden sie irgendwo in Brighton gesehen, sie seien bei Familienangehörigen, bei einer Tante. Viele, viele Lügen. Und dann passiert was Seltsames. Am 30. November 1949 geht Timothy zur Polizei und gibt an, Beryl versehentlich getötet zu haben, indem er ihr etwas aus einer Flasche verabreichte, die ihm ein Mann gegeben hatte, um ihr ungeborenes Kind abzutreiben und ihre Leiche habe er dann in einem Abwasserkanal entsorgt. Warum Timothy dieses Geständnis machte, ist total unklar. Viele meinen, seine verminderte Intelligenz könnte dafür ein Faktor gewesen sein, dass ihm der Druck zu viel war, dass er Angst hatte und dachte, es sei das Beste, sich einfach zu stellen. Denn auch wenn die Version Nummer 1 existiert, die Version, die John als erstes berichtet hat, die Version, in der Timothy am Tod seiner Frau schuldig ist, so ist Version Nummer 2 sehr viel plausibler. Bei einer Durchsuchung vom Rillington Place Nummer 10 am 2. Dezember 1949 findet die Polizei dann die Leichen von Beryl und Geraldine, die im Waschhaus im Hintergarten versteckt waren. Hier war niemand nach Bristol gefahren. Und das Baby wurde auch nicht zu einer netten Familie gebracht. Während seines Verhörs macht Timothy widersprüchliche Aussagen. Er verstrickt sich in seinen eigenen Erzählungen. Er wirkt nervös, verängstigt und durcheinander. Außerdem behaupten viele auch im Nachhinein, dass Timothy von den Beamten in eine gewisse Richtung gelenkt wurde. Ihr müsst euch vorstellen, da sterben eine Frau und ein Kind. Und es gibt zwei Verdächtige. Der eine Verdächtige war bei der Army. Er ist als Polizist bekannt, als jemand, der streng und diszipliniert für das Gesetz einsteht. Klar war der auch mal im Knast. Und klar hat der zwei Leichen im Garten liegen. Jetzt vier. Aber davon will die Polizei ja nichts wissen. Dann gibt es auf der anderen Seite hier unseren kleinen, jezornigen Zwerg. Timothy, ein Alkoholiker. Jemand, der nicht aus gutem Hause kommt, der sich nicht gut ausdrücken kann, weder lesen noch schreiben kann. Der perfekte Mörder. Jemand, den die Gesellschaft nicht vermissen würde. Zumindest zur damaligen Zeit war das die Ansicht. Ich hoffe, das ist immer klar. Wenn ich so gemeine Sachen sage, dass das nicht meine Worte sind, will ich immer nochmal gerade rücken. So, genau. Die Polizei ist sich sehr schnell sicher, wen sie hier als Täter vor sich haben wollen. Und so drücken sie Timothy immer weiter in dieses Täterlicht. Und auch als Timothy irgendwann dann seine Aussagen widerruft, sagt, Moment, ich war das gar nicht. Und das, was ich damals erzählt habe, das stimmt so nicht. Ich war verwirrt, ich war verängstigt, was auch immer. Da will ihm keiner mehr zuhören. Und am 11. Januar 1950 beginnt dann der Prozess. John ist natürlich auch geladen. Er gilt als Kronzeuge in diesem Fall und macht Aussagen, die Timothy schwer belasten. Zwei Tage später wird Timothy dann für den Mord an Frau und Kind für schuldig befunden. Die Geschworenen brauchen nicht viel länger als eine halbe Stunde, um zu diesem Urteil zu kommen. Und am 9. März 1950 wird Timothy dann gehängt. Und damit ist er dann wahrscheinlich das fünfte Opfer von John. Denn John gesteht später die Tat an Beryl und Geraldine. Nach den letzten Morden hören die Besuche von Ethel bei ihrer Familie auf. Zum einen hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Die Reise ist für sie sehr anstrengend. Zum anderen möchte sie aber auch einen Blick auf die Dinge haben, die ihr Mann in ihrer Abwesenheit so treibt. Es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass Ethel etwas von den Morden wusste. Aber sie wusste, dass ihr Mann eine Vorliebe für junge Frauen und Prostituierte hatte. Und das ist für eine Ehefrau sicherlich auch schon nicht so cool. Also, dass sie da so ein bisschen gucken wollte, was der Gute so anstellt, das verstehe ich. Doch durch diese Entscheidung, häufiger zu Hause zu bleiben, besiegelt sie höchstwahrscheinlich ihr Schicksal. Denn solange Ethel anwesend ist, kann John seiner Mordlust nicht nachgehen. Und deswegen beschließt er, dass sie verschwinden muss. Am Morgen des 14. Dezember 1952, es ist kalt und grau, geht er an das Bett seiner Frau und er drosselt sie mit einem Strumpf. Drei Tage lang liegt ihre Leiche dann unter den Dielen des Vorzimmers. Nach seiner Verhaftung, Monate später, macht John eine Reihe von falschen Aussagen zu seiner Frau. Er sagt, Ich werde ihnen so viel erzählen, wie ich mich erinnern kann. Mir ging es lange Zeit nicht gut. Etwa 18 Monate. Meine Frau litt sehr unter den Verfolgungen und Übergriffen der Schwarzen im Haus 10 Rillington Place und musste sich beim Arzt wegen ihrer Nerven behandeln lassen. Im Dezember hatte sie große Angst vor diesen Schwarzen und traute sich nicht mehr aus dem Haus, wenn sie in der Nähe waren und wurde sehr depressiv. Denn folgendes ist passiert, eine schwarze Familie ist in das Haus Rillington Place Nummer 10 eingezogen und die sind nun wohl schuld daran, dass John seine Frau blutrünstig ermordet hat. Klar, John. Wirklich. Ein Frauenhasser, ein Mörder, ein Rassist. Es ist nicht auszuhalten. Ein paar Tage später möchte er seine Frau dann unter den Dielen hervorholen und woanders hin verstauen. Aber er versucht sie dann zu tragen und sie war so schwer, sodass er, Zitat, sie halbtragen und halbtziehen musste. Und dann legte ich sie in die Vertiefung und deckte sie mit Erde zu. Ich dachte, das sei die beste Art, sie zur Ruhe zu betten. In einer weiteren Aussage sagt John, dass er sie deswegen so nah bei sich vergraben wollte, weil er Angst hatte, sie zu verlieren. Hey, wenn du Angst hast, deine Frau zu verlieren, dann bringen sie nicht um? Ist nur so ein Gedanke. Nun war Ethel aber sehr eng mit ihrer Familie verbunden und denen fällt schon bald auf, dass da keine Post mehr kommt. Als sie auch an Weihnachten nicht erscheint, ist der Familie klar, dass irgendwas hier schief läuft. Und auch hier streut John wieder irgendwelche Gerüchte. Sie sei nach Birmingham gegangen. Sie wolle eine Auszeit nehmen und ihr würde es gut gehen. Liebe Grüße an die Familie. Kurz darauf fälscht er dann die Unterschrift von seiner Frau und räumt ihr Bankkonto leer. Sobald Ethel von der Bildfläche verschwunden war, wird Johns Mordlust freigesetzt. Er wirkt wie entfesselt und tötet innerhalb weniger Monate drei Frauen. Allesamt sind sie Prostituierte, die für ihren Job in Johns Wohnung gekommen sind. Irgendwann gibt es dann wieder einen neuen Mieter im Rillington Place Nummer 10. Und der hat vom Vermieter die Erlaubnis bekommen, die obere Etage zu nutzen. Da ist so eine kleine Küche und die darf er wohl für sich verwenden. Der Mieter freut sich, geht hoch auf die obere Etage und bemerkt einen üblen Geruch. Das motiviert ihn dazu aufzuräumen. Er entrümpelt und räumt und macht und tut und hat hier und da ein paar Visionen, möchte ein Regal anbringen und fängt an ein bisschen was von der Wand wegzukratzen und stößt dann auf eine Tür. So eine Tür hinter einer Tapete war damals wohl nichts Ungewöhnliches. Also es gab so einen kleinen Hohlraum und dahinter war dann die Tür und er freut sich. Neuer Stauraum, vielleicht ist da ein kleines Räumchen hinter, daraus kann er eine Werkstatt machen, was auch immer. Auf jeden Fall reißt er die Tapete ab und versucht die Tür zu öffnen. Die ist aber verschlossen. Mithilfe einer Lampe leuchtet er nun durch den Türspalt, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt und entdeckt etwas so Grausames. Es sieht für ihn aus, als würde sich eine nackte Frau hinter dieser Wand befinden. Er hatte sie von hinten gesehen, zusammengesackt und den Kopf von den Schultern hängt. Er ruft sofort die Polizei und die öffnen die Tür. Und was sie dort sehen, ich denke, das werden sie nie wieder vergessen. Denn hier liegt nicht nur die eine nackte Frau, sondern etwas anderes Großes in einer Decke eingewickelt. Es ist ein weiterer Frauenkörper. In einem Schrank in der Ecke finden sie noch einen Körper. In der Durchsuchung des Hauses stößt die Polizei nun auf Ethels Leiche unter den Dielen und die Leichen, die im Garten vergraben wurden. Weitere Knochen wurden zwischen den Blumenbeeten gefunden und einige geschwärzte Schädelknochen mit Zähnen und Teile eines Kleides tauchten in einer Mülltonne auf. Insgesamt findet man sechs Leichen in Relington Place Nummer 10. Und man findet keinen John. Die Suche nach ihm ist nun Priorität Nummer 1. John versucht sich derweil vom Acker zu machen. Immer wieder tauscht er seine Hüte und seine Anzüge aus, möchte wie ein neuer Mensch aussehen und versucht nicht gefunden zu werden. Und das gelingt ihm eine gewisse Zeit lang. Irgendwann wird er gepackt und schnell wird ihm der Prozess gemacht. Und etwas, das Täter ja häufig versuchen, ist in so einem Fall dann als geisteskrank zu wirken. Und so versucht auch John sein Glück. Er erzählt davon, dass er so ein Hippochondra sei, dass er nicht wisse, was mit ihm passiert sei und er wäre so verrückt und überhaupt nicht zurechnungsfähig. Und die Staatsanwaltschaft fordert die Geschworenen auf, darüber nachzudenken, wie abscheulich die Taten dieses Mannes waren und wie sehr sie von Wahnsinn zeugten. Ein Mann, der mit sterbenden oder toten Frauen Geschlechtsverkehr hatte. Ein Mann, der eine Sammlung von Schamhaaren aufbewahrte. Ja, die hatte er, die hat man bei ihm in der Wohnung gefunden. Ein Mann, der mit diesen Leichen in der Nähe lebte, aß und schlief. Wie konnte er zurechnungsfähig sein? Und ich verstehe diesen Gedankengang, weil jeder, der so denkt wie du und ich, der kann nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen töten kann. Das muss doch ein Wahnsinniger gewesen sein. Der muss doch verrückt gewesen sein. So etwas würde doch ein normaler Mensch niemals tun. Aber das mit der Zurechnungsfähigkeit ist so ein bisschen komplizierter. Nur weil wir die Taten nicht nachvollziehen können, heißt es nicht, dass die Person nicht bei vollem Bewusstsein gehandelt hat. Und das hat John getan. Er war sich im Klaren darüber, was er tat. Immer und immer wieder hat er seine Taten geplant und dann durchgeführt. Er war ein Mann mit erhöhtem IQ. Jemand, der durchaus wusste, was er vorhatte und das dann in aller Präzision durchführte. So kommen dann auch die Geschworenen zum Urteil, dass John voll zurechnungsfähig und schuldig ist. Er wird zum Tode verurteilt. Am 15. Juli 1953 wird er gehängt. Und im Zuge seines Prozesses kommt dann auch der Fall Timothy und Beryl wieder ins Gespräch. Plötzlich scheint es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass John etwas damit zu tun hatte. Hatte man wirklich einen Unschuldigen gehängt? Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Fall jemals vollständig aufgeklärt wird. Jedoch gehen die meisten davon aus, dass Timothy zu Unrecht verurteilt und getötet wurde. Und das gilt als eines der größten Versäumnisse der britischen Justiz und ist ein Faktor für die spätere Abschaffung der Todesstrafe für Mord im Vereinigten Königreich. Die 1965 durch einen privaten Gesetzentwurf des Abgeordneten Sidney Silverman erreicht, 1969 endgültig eingeführt wird. Denn wie gesagt, hatte man höchstwahrscheinlich einen unschuldigen Mann erhängt. Wow, was ein Fall, oder? Ich hätte noch wirklich eine Stunde länger darüber reden können, weil es so viele Details gibt. Und dieses Haus alleine, da frage ich mich, ob man das nicht schon von außen gespürt hat. Ein Haus, in dem mindestens sechs Frauen zu Tode gekommen sind, beziehungsweise fünf Frauen und ein Baby. Und da frage ich mich, ob man so etwas nicht spürt. Wer weiß, also bei mir im Haus gibt es zum Glück nur Ratten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ja ein gutes Haus ist. Dass hier vor allem gute Sachen drin passiert sind und hier gute Schwingungen herrschen. Aber ich frage mich wirklich, wie es sich anfühlt, im Rillington Place 10 zu sitzen, dort zu essen, zu schlafen. Glaubt ihr an sowas? Glaubt ihr, man spürt, wenn an einem Ort etwas Schreckliches passiert ist? Oh Mann, so ein krasser Fall. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich persönlich muss jetzt mal Nasenspray benutzen. Ich bin ziemlich verschnupft. Und ich glaube, ich gehe heute auch mal früher ins Bett. Aber diesen Fall werde ich auf jeden Fall gedanklich noch was weiter mitnehmen und da noch was dran knabbern. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.